Mein Name ist Christoph Grünewald, ich bin 64 Jahre alt, verheiratet, ich habe zwei Kinder und fast fünf Enkel. Ich kandidiere für die Grünen im Wahlkreis 140 Westbevern Dorf. Ich bin Archäologe, was für mich nicht nur Beruf, sondern auch Hobby ist. Daneben koche ich gern am liebsten mit Kräutern aus dem eigenen Garten. Wenn ich von Ihnen gewählt werde, geht es für mich erstmal um die Verkehrssituation im Dorf. Ich unterstütze die Initiative Westbevern, die den Schwerlastverkehr auf dem Dorf verbannen will. Der gehört auf die Schiene und nicht ins Dorf. Hier müssen wir alle an einem Strang ziehen, damit das Dorf nicht seinen Mittelpunkt verliert und für uns alle lebenswert bleibt. Ich möchte mich für gutes und günstiges Wohnen für alle Generationen einsetzen. Da gibt es viele gute Ideen, wie jung und alt zusammenleben können. Große Sorgen beratet mir der Klimawandel, insbesondere der Zustand des Waldes. Wir alle brauchen Wälder, nicht nur für das Klima, sondern auch als Rohstofflieferant und zum Erholen für jedermann. Hier möchte ich mich dafür einsetzen, dass den Waldbauern dabei geholfen wird, die Krise zu überwinden. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. Gehen Sie wählen am 13. September. Und wenn Sie schon mal da sind, wählen Sie grün. Und wenn Sie schon mal da sind, wählen Sie die Krise zu überwinden. ... ... ...